Diese deutsche Versionsszene 1 Intro Sprecher Wenn eure Taube immer wieder nach Hause findet, dann erwartet euch eine Überraschung. Tauchen wir gemeinsam in den Taubenmythos ein. Heute räumen wir mit Mythen rund um unsere gefiederten Freunde, die Tauben, auf. Können sie wirklich aus Kilometer weiter Entfernung nach Hause navigieren oder ist das nur Seemannsgang? Szene 2 Vorbereitung Sprecher Um das herauszufinden, brauchen wir natürlich eine Taube, etwas Vogelfutter und einen sicheren Ort, der weit von ihrem Zuhause entfernt ist. Wir werden die Taube freilassen und ihre Reise mit einem winzigen GPS-Tracker verfolgen. Mal sehen, ob sie den Weg zurückfindet. Szene 3 Das Rätsel der Navigation Sprecher-Wissenschaftler glauben, dass Tauben das Magnetfeld der Erde und die Sonne als Kompass nutzen. Ziemlich cool, oder? Aber schafft es unsere Taube auch nach Hause? Szene 4 Warten und Staunen Sprecher Nach ein paar Stunden intensiven Wartens Da ist sie! Unsere Taube hat es zurückgeschafft. Mythos bestätigt. Tauben sind wahre Navigationskünstler. Szene 5 Fazit Sprecher Wenn ihr also das nächste Mal eine Taube seht, denkt daran, welch einen außergewöhnlichen Orientierungssinn sie besitzen. Das war's für unser heutiges Mith-Busting-Experiment. Bleibt neugierig und erkundet weiter. Sprecher Sprecher Kapitel